Ja, hier ist er wieder, ihr alter YouTuber Silvano Tujach an diesem unglaublichen Oktobertag, Goldner Oktober, 30. Oktober. Man hätte vielleicht sogar zum Baden gehen können, aber das Bärenkaterbad hat ja leider nicht mehr auf. Aber was vielleicht bald auf hat, das ist heute mein Thema. Vielleicht haben Sie ja im Fernsehen das auch mitbekommen. Die Stadt Kempten war ja eines der wichtigen römischen Städte hier in Bayern, Compodunum. Und ich habe dann im Fernsehen gesehen, wie ein Areal von, ich sage jetzt mal, ein paar hundert Quadratmeter steinernen Mauern ausgegraben wurde. Und als größte Sensation der Geschichte, glaube ich, in diesem Jahrhundert nicht, aber in diesem Jahrzehnt angesehen wurde. Und wo jetzt hier die Archäologen, ja, hier graben werden, 10, 20 Jahre, wird ein paar hundert Millionen Euro kosten. Und ich sage Ihnen, auch dieses ist ein Symptom der völligen Idiotie des Menschen. Denn das offenbart nur ein vollkommen krankes, dummes, naives, stupides Verhältnis, die der Mensch zur Geschichte hat. Denn was sollen uns diese Steine sagen? Sie können uns nicht sagen, wenn man jetzt mal von dieser Prämisse ausgeht, was kann uns die Geschichte lehren? Ja, da kann ich nur sagen, die Geschichte kann uns wenig lehren, ja. Wenn man sich zum Beispiel mit dem Untergang des römischen Reichs beschäftigen würde, warum das römische Reich untergegangen ist, das würde vielleicht sogar noch einen Sinn machen. Aber diese Steine sind einfach nur sinnlos. Und die Gesellschaft macht es, weil es irgendwie eine komische Übereinkunft gibt oder weil hier Fördermittel frei sind. Also ich kann so etwas nicht verstehen. Schauen Sie, der Mensch lernt nicht aus der Geschichte. Die letzte Woche kam im Fernsehen in Monitor eine Sendung, dass alle furchtbaren Ereignisse, nicht geschichtliche Ereignisse sozusagen, nicht dazu beigetragen haben, olympische Spiele oder Fußball- und Europameisterschaften in tyrannischen, autokratischen Ländern hier zu etablieren. Sie haben das Beispiel gemacht, ja, Putin annektiert die Krim, ein paar Monate später bekommt er die Fußball-Europameisterschaft, ja. Und dann mit Katar ist ja dasselbe. Katar ist eines der größten Förderer weltweit des islamischen Dschihadismus. Also die sponsern hier den Dschihadismus. Und für mich sind hier Figuren wie Bach, Präsident des Olympischen Komitees, oder Infantino, ich glaube der ist der Chef von der FIFA, sind für mich einzuordnen auf eine Reihe mit Putin und, ja, ich sage es mal, Jack the Ripper. Was anderes fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber natürlich tausendmal schlimmer als Jack the Ripper, ja. Das sind hier Menschen, die alles, die Menschen verkaufen würden für Geld, die Länder verkaufen würden für Geld. Es geht nur um Geld, Geld, Geld und nichts anderes, ja. Und da hätte man ja zum Beispiel auch aus der Geschichte lernen können, ja, dass man sagt, okay, diesen autokratischen Systemen gibt man nicht nur große, gibt man nicht große internationale Veranstaltungen noch als Dank. Aber selbst in Zeiträumen von 10, 15, 20, 30 Jahren, nehmen Sie jetzt bloß den Fall Costco Hamburger Hafen an, kann der Mensch nichts aus der Geschichte lernen, geschweige denn von ferneren Zeiten. Also um nochmal zu diesem Steingerümpel da zurückzukommen aus der Römerzeit, sag mir bitte ein Mensch, was hier diese 15er Steine für den Fortschritt und für die Humanität des Menschen hier leisten könnten. Ja, da werde ich dankbar. Dankeschön.